Ich bin Sarina Zemp. Ich bin Simon Erne. Und ich mache Grundausbildung als Fleischfachfrau Fachrichtiggewinnung. Ich mache jetzt die Lehre in einer Metzgerei, in einer Kleinmetzgerei in Rotenburg. Ein Fleischfachmann in einem Kleinbetrieb arbeitet jetzt von einer Schlachtung, von der Anlieferung des Tieres bis hin zum Partyservice, kochen, arbeiten überall mit. Ich liebe den Beruf einfach. Ich stehe jeden Morgen auf und freue mich auf die Arbeit, denn es ist genau das, was ich mir erwünscht habe. Ich habe meinen Körper, ich habe mich ausgebaut. Ich komme am Abend nach Hause und mag einfach nicht mehr. Aber es war cool, weil ich meine Leute hatte, ich habe coole Arbeit, die ich mega liebe und man kann kreativ sein. Das Schönste am Beruf, man kann es in diesem Sinne nicht sagen, weil es als die schönste Arbeit ist. Für mich ist es aber das Schönste, wenn es im Team harmoniert, wenn man im Team zusammenarbeiten kann, wenn es wirklich läuft. Natürlich haben die Männer einen anderen Umgang als wir Frauen. Und da braucht man einfach, sagen wir mal, ein dickes Fellchen. Aber wenn man so eine selbstbewusste, starke Frau ist, dann kann man das tiptop und man hat es natürlich auch mit Männern. Das ist natürlich chillig, oder? Bei mir ist Fleisch bis jetzt noch nie verkleidet. Ich liebe Fleisch. Das Fleisch muss bei mir immer auf dem Tauer Platz haben. Am liebsten habe ich das Fleisch zuerst ein wenig abbraten, dann im Ofen noch etwas zum Nachziehen und dann so blöde. Garstaufelblöde. boyen Vielen Dank.